Wo und wann soll man sich in eine Angelegenheit anderer einmischen und wann nicht? Um diese Frage soll es heute gehen, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 18 lesen, und zwar die Verse 11 bis 16. Wir beobachten da den Stadthalter Galio, wie er sich verhalten hat und fragen uns, sollen wir uns bei bestimmten Angelegenheiten einmischen oder lieber nicht. Wir lesen jetzt die Verse 11 bis 16 aus Apostelgeschichte Kapitel 18, nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Paulus befindet sich noch in Korinth auf seiner zweiten Missionsreise. So blieb Paulus eineinhalb Jahre in Korinth und sagte den Menschen die Botschaft Gottes. Paulus wollte gerade mit seiner Verteidigung beginnen, da erklärte Galio, Wenn es sich um ein schweres Vergehen oder ein Verbrechen handelte, wäre es meine Pflicht, euch Juden anzuhören. Aber weil es hier um Streitfragen über religiöse Lehren und Autoritäten und um euer eigenes Gesetz geht, müsst ihr die Angelegenheit schon unter euch ausmachen. Ich mag in solchen Fragen nicht den Richter spielen. Damit wies er sie hinaus. Da packten alle Juden ihren Gemeindevorsteher Sostenes und verprügelten ihn unter Galios Augen. Doch der kümmerte sich nicht darum. Soweit der Text aus Apostelgeschichte Kapitel 18, Vers 11 bis 16, nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Die Demokratie ist heute die allgemein anerkannte und für gut befundene Regierungsform. Einer ihrer großen Vorteile ist es, dass die Bürger mit in die Pläne und Entscheidungen der Regierung hineingenommen werden. Das Volk ist informiert und interessiert an den Problemen im Staat und in der Welt. Viele sind so weit geschult, dass sie wenigstens um ihre Rechte als Staatsbürger wissen und sich eine Meinung über die Geschehnisse in der Politik bilden können. Nun gibt es in unserer modernen Welt aber immer wieder neue und immer kompliziertere Probleme, die gelöst werden müssen. Natürlich hat eine demokratische Regierung ihre Ministerien und Ausschüsse, die für die Lösung der anstehenden Aufgaben verantwortlich sind. Aber ein demokratisch erzogener Bürger gibt sich damit nicht zufrieden. Es ist ihm nicht genug, dass da ein paar Experten nach Lösungen suchen, er macht sich seine eigenen Gedanken. Oft traut er seinem eigenen Urteilsvermögen mehr zu als den zuständigen Leuten und er hält mit seiner Meinung auch nicht hinter dem Berg. Vielleicht hat er ja Recht, wenn er den Theoretikern am grünen Tisch misstraut. Bei dem Recht auf freie Meinungsäußerung meint jeder leicht, dass er sich in alles einmischen muss und seine Ansichten durchsetzen muss. Wenn ich mir die Situation in Südamerika oder auch in Deutschland ansehe, dann habe ich oft den Eindruck, dass sich zu viele Leute in Dinge einmischen, von denen sie wirklich herzlich wenig verstehen. Sie kritisieren die Regierung, stellen Forderungen, protestieren und reden, aber sie kennen nicht die ganze Problematik der Sache. Oft haben sie nur einen kleinen, engen Gesichtskreis und sehen nur, was für sie persönlich gut ist. Es ist sicher nicht verkehrt, über die Probleme unserer Zeit informiert zu sein. Es ist sicher auch nicht verkehrt, sich seine Gedanken zu machen und ein Urteil zu haben. Aber es dient sicher nicht dem Fortschritt des Staates, wenn sich jeder kleine Mann in die größten Probleme einmischt und sich als Richter aufspielt. Die Frage für den verantwortlichen Bürger und Christen ist oft aber diese. Wo sollen wir uns einmischen und wo nicht? Wir können nicht zu allem schweigen und alles einfach über uns ergehen lassen. Es gibt Dinge, wo wir unsere Stimme erheben müssen, wo wir bestimmt auch einen guten Grund und fundierte Argumente haben, um etwas zu sagen. Ich denke da an manche Fragen und Entscheidungen in der Familienpolitik. Fragen, die die Ethik und Moral berühren, die unseren Glauben betreffen. Da sind unsere Politiker scheinbar oft recht ratlos und wissen nicht, woran sie sich orientieren sollen. An den Wünschen des Volkes, an den Traditionen, an der Religion oder an dem Trend der Zeit. Und so dringt die Unmoral überall ein. Aber wie gesagt, wir müssen sehr vorsichtig sein, wo wir unsere Stimme erheben und wir müssen es lernen zu vermeiden, uns in Dinge einzumischen, die uns nichts angehen und die wir wirklich nicht beurteilen können. Heute haben wir in der Apostelgeschichte einen Abschnitt gelesen von einem Mann, der vor dieser Frage stand, soll ich mich hier einmischen oder nicht? Es war der neue Richter über die Provinz Achaia in Korinth. Gleich als er sein Amt antrat, schleppten die Juden Paulus vor Gericht. Ihre Anklage lautete, dieser Mann überredet die Leute, Gott auf eine Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Als Paulus gerade mit seiner Verteidigungsrede beginnen wollte, erklärte der Richter Gallio, wenn es sich um ein schweres Verbrechen handelte, wäre es meine Pflicht, euch Juden anzuhören. Aber weil es hier um Streitfragen über religiöse Lehren und Autoritäten geht, müsst ihr die Angelegenheit unter euch ausmachen. Soweit Gallio. Hier weigerte sich also der Richter, sich in diese religiösen Fragen einzumischen und Paulus zu richten. Was denkst du über diese Haltung? War das eine weise, vernünftige Entscheidung? Wäre es gut, wenn sich heute alle Autoritäten aus den Fragen der Religion heraushalten würden? Wenn sie sagen würden wie Gallio, wenn es ein Verbrechen wäre, würde es meine Pflicht sein, euch anzuhören, aber so will ich nichts damit zu tun haben. Sicher würde es weniger Christenverfolgungen geben. Oder war es eine Flucht vor der Verantwortung, ein Ausweichen vor dem Konflikt? Diese Fragen möchte ich im Folgenden ein wenig genauer untersuchen. Klar ist, dass die Bibel selbst kein Urteil über Gallio fällt. Sie sagt weder, dass er richtig gehandelt, noch dass er falsch gehandelt habe. Darum sind die folgenden Überlegungen meine persönliche Meinung. Die Frage ist, was denke ich über die Position oder die Haltung des Gallio in dieser Sache? Erstens, grundsätzlich ist mir der Mann sehr sympathisch. Er war nicht von dem Komplex befallen, wie die kleinen Schüler und Studenten an unseren Schulen und Universitäten heute, dass er meinte, zu jeder Frage eine Antwort haben zu müssen. Obwohl er wirklich richterliche Gewalt und Autorität hatte, glaubte er nicht, dass er über alles ein Urteil sprechen müsste. Er hatte genug Selbsteinschätzung, um sagen zu können, diese Sache geht mich nichts an. Er war vielleicht auch demütig genug, um zu sagen, von diesen religiösen Dingen verstehe ich nicht genug, um ein gerechtes Urteil fällen zu können. Auch erkannte er sehr klar, welches seine eigentliche Aufgabe war, nämlich Verbrechen zu ahnden und sich nicht in Streitfragen und Diskussionen über Religion oder Weltanschauung einzumischen. Er gefällt mir einesteils, dieser Gallio, und ich wünschte, wir hätten heute mehr solche nüchternen Männer in Kirche, Politik und Schule. Männer, die sich ihrer Aufgabe und Verantwortung bewusst sind und sich auf ihrem Gebiet ganz dem Wohl des Volkes widmen. Männer, die ihre Grenzen kennen und ihre Kompetenzen, die auch mal den Mut haben zu sagen, über diese Sache weiß ich nicht genug, um ein Urteil zu sprechen. Aber dazu gehört auch eine Demut, die nur wirklich große Männer aufbringen können. Ich wünschte dir, dass du eine klare Sicht dafür hast, wo du dich einmischen sollst und wo du deine Grenzen überschreitest und dich in Dinge einmischst, die dich nichts angehen. Und dann wünsche ich mir und dir die Demut, in bestimmten Fällen auch auf das Recht unserer freien Meinungsäußerung verzichten zu können. Zum einen können wir also sagen, mit seiner Weigerung, ein Urteil zu sprechen, hat Gallio das Richtige getan. Zum anderen können wir aber auch das Verhalten des Gallio verurteilen. Wir können sagen, er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Er sollte in einem Streit entscheiden und hat sich nicht einmal den Fall angehört. Er war feige und wollte einem Urteilsspruch aus dem Wege gehen. Er wollte dem Konflikt ausweichen und wollte vermeiden, dass nach dem Urteilsspruch eine Partei unzufrieden mit ihm war. Wir können sagen, er war zu feige und zu bequem, Stellung zu beziehen. Er war ein Mann, der den einfachen Weg suchte und sich sein Leben und sein Amt so leicht wie möglich machen wollte. Und das wäre wirklich eine falsche Haltung, die wir verurteilen müssten. Man kann und darf nicht einfach den Problemen des Lebens ausweichen. Man kann nicht immer sagen, ihr müsst die Angelegenheit schon unter euch ausmachen. Ich will nichts damit zu tun haben. Es ist wahr, es gibt Dinge, die uns nichts angehen und zu denen wir besser schweigen. Aber es gibt auch Fragen, zu denen wir ganz persönlich Stellung beziehen müssen. Noch einmal möchte ich betonen, dass es nicht immer leicht ist, zu wissen, wo wir gefordert sind und wo wir besser still sind. Im Allgemeinen sind wir jedoch in Europa recht schnell bereit, zu allen möglichen Problemen Stellung zu beziehen und Forderungen zu stellen. Zur Frage der Menschenrechte, zur Frage der Reinerhaltung der Umwelt und zur Frage der sozialen Not in den Ländern der Dritten Welt, zur Lage des Krieges im Irak und vieles andere mehr. Wenn es jedoch darum geht, eine Stellung zur Bibel, zu Jesus Christus und zum Evangelium zu beziehen, dann sind viele von uns wie dieser Gallio. Sie sagen, das geht uns nichts an. Darüber wissen wir zu wenig Bescheid. Damit sollen sich die anderen beschäftigen. Wir wollen hierzu keine Stellung beziehen. Ich sage noch einmal, dass wir in unserem Eifer, nicht als uninteressiert an den Fragen und Problemen der Welt zu gelten, uns in Streitigkeiten stürzen, die uns nichts angehen. Auf der anderen Seite versäumen wir aber, da Stellung zu beziehen, wo wir wirklich gefordert sind. In Wahrheit suchen wir auch oft den einfachen Weg, indem wir uns über den Krieg im Irak zum Beispiel entrüsten und damit von unseren eigenen Problemen und Sünden ablenken, um nicht Stellung zu Gottes Anspruch an uns beziehen zu müssen. Wir weichen gerne den Fragen, die unser persönliches Leben betreffen können, aus und machen es damit nicht anders als Gallio. Drittens möchte ich noch den geistlichen Aspekt erwähnen. Als Paulus vor den Richter geschleppt wurde, ging es um seine Lehre über Gott. Gallio hätte jetzt Gelegenheit gehabt, eine klare Verkündigung des Evangeliums von einem der größten Verkündiger zu hören. Jedoch war er geistlich uninteressiert. Religiöse Lehre, Gott und all dieses interessierte ihn nicht. Die Frage nach Vergebung der Sünden und ewiges Leben hatte er offenbar schon zur Seite gelegt. Darüber machte er sich keine Gedanken mehr. Was ihn mehr interessierte, war seine Karriere, sein Ansehen bei den Menschen, Macht, Luxus, Vergnügen. Ich hoffe sehr, dass du noch nicht an diesen Punkt gekommen bist, wo du die Frage nach Errettung, Vergebung und ewigem Heil zur Seite gelegt hast und wo dich Gott und sein Wille für uns nicht mehr interessieren. Ich glaube, diese geistliche Dimension, Gott, die Bibel und ihre Lehren, sind ganz entscheidend, wenn wir uns fragen, wo und wie weit dürfen wir uns in andere Angelegenheiten einmischen. Gott zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Er zeigt uns, was möglich ist. Er zeigt uns auch, auf welche Art und Weise wir Stellung zu Problemen nehmen sollen und Gott steckt uns auch die Grenzen unserer Kompetenz. Auf ihn müssen wir hören, wenn wir weder naseweis noch feige sein wollen und uns in Konflikten richtig verhalten wollen. Wir beten noch. Danke, Vater im Himmel, dass du uns in deinem Wort klare Verhaltensmaßregeln auch für schwierige Fragen gibst. Schenke uns den Mut, Entscheidungen zu treffen, wo wir gefordert werden. Gib uns die Demut, uns aus Dingen herauszuhalten, die uns nichts angehen und vergib uns, wo wir gegen dich rebelliert haben. Amen.